Musik Mein Name ist Martin Schäfer und ich komme aus Weißenfels und mache jetzt mein Praktikum in Norden, in Bergen, von dem Schuljahr 2017 bis 2018. Ich heiße Tobias Hövener, ich bin 19 Jahre alt und wir haben in der Zeit, wo wir hier sind, schon einiges erlebt. Musik 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 Wenn ihr Interesse und Neugier geweckt, ja dann freuen wir uns auf eure Bewerbung. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass wir eure Bewerbung bis zum 31. Dezember diesen Jahres benötigen, wenn ihr im Sommer 2018 starten möchtet. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.praktikum-im-norden.de Musik